Bhagavad Gita, Vers 1.46 Sanjaya sagte, Nachdem Arjuna diese Worte auf dem Schlachtfeld gesprochen hatte, warf er Bogen und Pfeile zur Seite und setzte sich, von Schmerzen überwältigt, auf dem Streitwagen nieder. Erklärung Während Arjuna seine Feinde beobachtete, stand er aufrecht auf dem Streitwagen, doch mit einem Mal wurde er von solchem Schmerz überwältigt, dass er sich wieder niedersetzte und seinen Bogen und seine Pfeile beiseite legte. Wer so gütig und weichartig ist und sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt, kann Wissen vom Selbst empfangen. So enden die Erklärungen Bhaktivedantas zum 1. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita, genannt Die Armeen auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra.